Willkommen an Bord! Ja, es gibt 900 Raumschiffmodelle, von denen ich weiß, und die hätte ich schon ganz gerne alle. Sämtliche Daten seiner Sammelobjekte hält er akribisch in Tabellen fest. Mit an Bord bei Captain Schönefeld ist Hauskatze Motte. Die wäre wohl froh, wenn es etwas leerer in der Wohnung sein würde. Das war ich. Was darauf eigentlich mit, was für die ganze Zeit vor produit. Der hat auch einen Schönefeld Torben. Wo ist auch ein Schönefeld Torben, oder er hat auch einen Schönefeld Torben, oder etwa eine Schönefeldtülle Torben? So an Bord hat das, wenn es ein Schönefeld geführt.